Wie können wir Stoffe entwickeln, die Strom ohne Verluste leiten? Die sogenannte Hochtemperatur-Superleitung ist seit 30 Jahren bekannt, aber der Mechanismus dahinter ist noch nicht verstanden und kann deswegen auch noch nicht benutzt werden, um neue Materialien zu entwickeln. Als theoretische Physikerin interessieren mich die Mechanismen in solchen Quantensystemen. Das sind Systeme aus vielen miteinander wechselwirkenden Teilchen, zum Beispiel Elektronen oder allgemeiner Fermionen. Ein solches Modell beschreibt Fermionen, die Spin-up oder Spin-down haben können, die auf einem Gitter hin und her hüpfen. Das ist das sogenannte Fermi-Habbert-Modell, mit dem ich mich in meiner Doktorarbeit an der Technischen Universität München beschäftigt habe. Und wenn man jetzt genau ein Fermion pro Platz hat, dann wird sich ab neben down, neben up und so weiter anordnen. Also was geschieht nun, wenn man ein paar Fermionen aus dem System rausnimmt, also Löcher erzeugt? Das kann zu verschiedenen sehr interessanten Phasen führen, wie zum Beispiel dem Strange Metal oder auch der Supraleitung. Mit klassischen Computern kann man exakt die Eigenschaften von einigen wenigen Teilchen ausrechnen. Das reicht aber nicht aus, um komplexe Materialeigenschaften zu verstehen. Um solche Quanten-Vielteilchen-Systeme zu beschreiben, brauchen wir neue, innovative Ansätze. In meiner Arbeit benutze ich dafür eine Kombination aus Methoden der Quanten-Vielteilchen-Physik und Methoden der künstlichen Intelligenz. Das exakte Modell kann in Quantensimulationsexperimenten realisiert werden und dort können auch die Parameter sehr gut kontrolliert werden. In einer Kollaboration war es uns auch möglich, mikroskopische Bilder von diesem System aufzunehmen, die ich dann später in meiner Arbeit weiter analysieren konnte. Wie können wir mikroskopisch verstehen, was passiert, wenn man einzelne Fermionen aus dem System herausnimmt? Eine mögliche Beschreibung, die wir dafür entwickelt haben, ist die sogenannte geometrische String-Theorie. Es gibt allerdings auch noch andere Theorien, in denen die Wechselwirkung von dem Loch und dem Hintergrund anders beschrieben wird. Um zu sehen, welche dieser theoretischen Beschreibungen der Wahrheit am nächsten kommt, habe ich Methoden der künstlichen Intelligenz benutzt. Dazu habe ich ein neuronales Netzwerk trainiert, die beiden Theorien zu unterscheiden. Das Netzwerk lernt also, einen Quantensnapshot als Theorie A oder Theorie B zu klassifizieren. Nach dem Training habe ich exponentielle Daten als Input für das neuronale Netzwerk benutzt. Da das Netzwerk keine exponentellen Daten kennt, kategorisiert es die Daten als eine der beiden Theorien und zeigt uns damit, welche der Theorien der Wahrheit am nächsten kommt. Diese neue Methode zur Untersuchung von Quanten-Vielteilchen-Systemen durch Quantensimulationen ist vielfältig nutzbar. Die Förderung der Studienstiftung hat mir ermöglicht, das zu erforschen, was mich am meisten interessiert. Gleichzeitig konnte ich internationale Kollaborationen und Forschungsaufenthalte, Konferenzreisen und Familiengründungen miteinander verbinden. Seit 2021 forsche ich jetzt am Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. Also, wir machen die 209 Uhr. Von unskorts. ganzen Eltern Hirsch Kita diesen jungen! Bis zum nächsten Mal! ���